Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Dragoon, immer noch in der Doppelburg, aber nicht mehr lange, denn wir werden uns direkt verpieseln. Wir haben hier in der letzten Folge eine Menge erlebt, haben es leider nicht geschafft, an den Mond durchzukommen. Den hat Miss Lenus, die leider flüchten konnte, die zu den Winglies gehört, wie wir ganz am Ende noch erfahren haben vom König. Und ja, den hat sie mitgenommen und wir sollen jetzt nach Donau aufbrechen, um mit der Queen Fury, die der König uns zur Verfügung stellt, ein Luftschiff, glaube ich, weiterreisen, um die Verfolgung aufzunehmen. Ich halte euch nicht auf, Leute, geht ruhig vorbei. Du hetzt mich aber gerade auf, hätte ich dich nicht angequatscht, wäre ich nicht vorbeigekommen, ich habe es probiert. Ich dachte, ich hätte etwas von der Burg in Richtung Donau fliegen gesehen, ob ich mir das nur eingebildet habe? Nein, gute Frau, das hast du ganz richtig gesehen. Ich dachte, ich hätte etwas von der Burg in Richtung Donau fliegen gesehen. Ja, komm, sag wieder zweimal das Gleiche, da stehe ich besonders drauf. Oh Gott, diese Prinzessin Emil war tatsächlich eine Hochstaplerin. Ja, das konnten wir Gott sei Dank auch aufklären. Man konnte die echte und die falsche Prinzessin zumindest äußerlich nicht unterscheiden. Wie hat sie das gemacht? Tja, Magie, da ist Magie im Spiel, mein Freund. Und ich habe gewusst, dass Prinzessin Emil eine Hochstaplerin ist, das stimmt. Ja, ich habe wirklich gewusst, dass... Hä, war das wirklich da vorne auch mit drin? Keine Ahnung. Diese Volkheim-Bock hatten zwei unterschiedliche Texte damit einzubauen. So, übernachten wollte ich auf jeden Fall. Wobei, was macht das eigentlich für einen Unterschied, ob ich übernachte oder ob ich ins Krankenhaus gehe? Hier war doch das Krankenhaus, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Probe Handlung. Was macht denn die Behandlung? Macht ihr nur Zustandsveränderungen weg? Ne, ich gehe mal lieber übernachten, oder? Weil so teuer ist das nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich damit Geld in den Sand setzen würde. Ich bin bisher, glaube ich, nur einmal im Krankenhaus gewesen und das war in Bale, kann das sein? Ich glaube, das war in Bale gewesen. Da war auch das erste Krankenhaus, glaube ich, was wir jemals gesehen haben hier. Aber egal. Egal. Hauptsache, wir gehen hier mit voller Energie raus. Habe ich das beim letzten Mal gemacht? Für mich, wie man unschwer raushören kann, beginnt heute natürlich eine neue Aufnahmesession. Sonst wäre ich da wohl ein bisschen besser in der Materie drin. Ach ne, das war der Händler mit den Special Ringen. Habe ich damals schon irgendeinen davon gekauft? Steigen MP, steigen SP. Oh, ich kann mich hier eh nicht entscheiden, was ich lieber will. Deswegen kaufe ich gar nichts. Wird mir wahrscheinlich irgendwann voll zum Nachteil werden, aber egal. Ich habe jetzt keine Lust zu überlegen. Notfalls kommen wir halt hier nochmal her, wenn uns das Spiel denn lässt, ne? Das ist jetzt gerade so ein bisschen mutig von mir. Ähm, wo war denn überhaupt die Übernachtungsmöglichkeit? Bin ich da schon vorbei oder war das hier? Gelber Pfeil sieht gut aus, oder? Jawoll. Genau, sei bitte nicht zu teuer. Sei lieb zu mir. 20, jawoll. Bitte einmal übernachten. Hä? Habe ich wieder das Falsche genommen? Aber ich muss das Untere nehmen, weil unten ja eigentlich oben ist und Zeilenverrückungsprobleme und so. Ja, ich erinnere mich. Ja, ähm, ansonsten, wir haben von Komodore Pula gehört. Ich habe mir mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Wir haben Miss Lenus bekämpft, Monddolch, Göttermond, Artefakt der Wingleys und Elisa soll, glaube ich, unser neues Ziel sein. Jetzt habe ich mal den Ortsnamen aufgeschrieben, aber kriegt ihr nicht mal eingeordnet. Ganz toll, ne? Wieder richtig klug geregelt hier. So, ich werde jetzt nicht mit allen reden, aber ich will nochmal kurz in die Bar. Was ist mit der Feuerigkeitsfeier? Tja, wann kriege ich mein kostenloses Getränk? Wenn du hier stehst und wartest, kommst du bestimmt nicht zugeflogen. Geh doch zur Feierlichkeit hin und frag danach. So, hier gibt es nämlich immer spannende Dinge zu erzählen, wie ich festgestellt habe. Eine Kundin will gesehen haben, wie ein geheimnisvoll glitzernder Gegenstand aus einem Balkonfenster der Burg flog. Ja, ob der glitzernde Gegenstand etwas mit der Absage der Volljährigkeitsfeier zu tun hat? Und Spekulationen über Spekulationen. Und wir sind so geil instruiert, aber halten die Klappe. Männer, Tiborot, träumen davon, auf der Queen Fury zu fahren. Na, und der Mann vor dir, der hat bald das Vergnügen. Ähm, fahrt ihr auf der... Weißt, fahrt ihr auf der Queen Fury? Gott, wie ich euch beneide. Achso, ich dachte, er schweigt dazu jetzt, aber... Gut, Dart kriegt den Mund offensichtlich doch auf. Es ist schwerster, das zu finden, nicht wahr? Aber das war mir wohl von Anfang an klar. Gut gereimt. Und euch? Um mich irgendwas abzugeben? Ich kann mich nicht bewegen. Stardust weggegeben. Drei. Danke, vielen, vielen Dank. Danke im Voraus fürs nächste Mal. Ja, ja, ja. Immer das Gleiche hier. Und bei dir so? Sie ist zwar fleißig, aber sie redet zu viel. Das können wir schon. Okay, der hat irgendwie nichts beizusteuern. Na gut. Und... Wollte ich sonst noch irgendwas erledigen? Ich habe mir eigentlich nur gemerkt, übernachten und dann weiter. Und, ja, das machen wir... Ach, ich könnte mal gucken, wegen meiner Gruppenkonstellation. War die so in Ordnung? Oder wollte ich da irgendwas anders machen? Ich muss mal kurz schauen. Hm... Ja, Rose müsste raus. Aber eigentlich finde ich das nicht so geil. Ich will eigentlich Shana lieber dann für Bosskämpfe mit drin haben. Ähm... Ich weiß ja was, wir geben mal wieder Haschel die Chance, sich hier mit einzubringen. Ich weiß gar nicht mehr, was bei ihm gerade so abging. Auch in Bezug auf Zusatzdinger und so. Ich nehme mal den Doppelheap, dann gehen die Kämpfe ein bisschen schneller. Äh... Sie hat noch ein bisschen was... Oh, guck mal. Er ist kurz davor, mit seinem Doppelschlag durch zu sein. Da gönnen wir Hage des Stücks. Ich weiß nicht, was man das ausspricht. Da kann ich ihm wenigstens mal ein bisschen lauschen. Und 4-Gürtter-Ruf klingt gar nicht episch oder so, ne? Das wird bestimmt gar nicht toll. Aber da bin ich mir relativ sicher, dass wir das in dieser Folge noch nicht zu sehen bekommen. Ja, und auf Kongol bin ich auch sehr gespannt. Aber Kongol wird noch ein... Obwohl, warte, eigentlich... Eigentlich könnten wir uns auch Kongol angucken. Aber nö, ich will jetzt Haschel die Chance geben. Ich will mir jetzt auch die neuen Skates von Haschel angucken. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier nur Dinge sehen, die wir schon kennen. Wir werden jetzt noch einmal damit erfolgreich angreifen müssen. Und dann können wir wieder seiner lieblichen Stimme lauschen. So, das ist auch der einzige Grund, warum ich jetzt hier nicht zum Cut ansetze. Weil ich das gerne für die nächsten Kämpfe mal erproben möchte. Also gut, den ersten Kampf, den kann ich noch rausschnibbeln. Die Gegner sind ja, glaube ich, nicht schwer genug, um zwei Schläge mit Haschel austeilen zu können. Die Frage ist, ob er überhaupt mal in Kämpfen zum Zuge kommt. Kommt, glaube ich, auch sehr stark auf den Gegnertypus an. Aber die waren hier nicht ohne. Ich glaube, austeilen tun sie schon noch ganz gut. Aber vertragen können sie eben nicht so viel. Guck mal, der Weg geht eigentlich. Nicht ein Kampf unterwegs. Ach nee, hier kommt ja noch diese Ebene. Ey, ich vergesse das jedes Mal. Jedes Mal unterschlage ich einen Screen. Ey, das gibt's ja nicht. Neue Gegner. Neue Gegner, neue Gegner. Und die sehen sehr robust aus. Ja, die sehen sehr robust aus. Ähm, ich hab jetzt Haschels Ausrüstung auch gar nicht überprüft. Erdtrampler. Äh, ich hab irgendwie Angst. Ich wette, das sind so Viecher. Wo ich in meiner jetzigen Gruppe voll scheiße unterwegs bin. Warum hat das denn nicht funktioniert? Das ist eigentlich voll gut getimt. Ich hab vielleicht beim letzten Mal zu schnell gedrückt. Okay, das ist okay. Damit kann ich leben. Haben die auch irgendwie Augen? So in diesem... Ach, die sind da so ein bisschen weiter unten, ne? Gott, irgendwie ist das Design sehr interessant. So, also bei diesen Viechern... Ja, also... Oh, nee, dann kommt er... Nee, er kommt jetzt nicht dazu, einen neuen Zusatz zu probieren. Weil man ja hier nicht umswitchen kann, ne? So, warte mal. Ich lass mal Dart eben schützen. Weil Dart braucht die Zusätze nicht mehr. Und ich möchte das gerne mit den Leuten machen, wo es noch notwendig ist. Ganz toll. Ich bereue meine Entscheidung. Keine fünf Sekunden, nachdem ich sie ausgesprochen habe. Ja, Schaden geht so. Hallo, Navitz? Äh, Laps. Entschuldigung. Ja, aber guck mal. Da könnt ihr mal sehen, wie stark Lavitz immer noch in meiner Erinnerung verankert ist, ja? Ja, ich vermisse Lavitz immer noch. Ich wollte ihn jetzt nicht beleidigen. Aber für mich ist das jetzt gar nicht so eine krasse Beleidigung, weil ich mag Albert auch. Ich weiß, dass einige von euch Albert nicht so gerne mögen, aber ich finde ihn okay. Ich habe nichts gegen ihn, sagen wir mal so. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wie das nochmal war mit Zustandsveränderungen und so. Ich hoffe, Albert ist wieder fit. Aber jetzt bin ich gespannt. Ich feiere das jedes Mal total. Ach nee, bin ich vollkommen bescheuert. Ich bin ja richtig blöde. Hier ist ja hier noch ein bisschen was. Was fassel ich denn? Ich habe echt wenig mit Haschel bisher gekämpft. Ja, nö, dann werde ich jetzt, wenn keine neuen Gegner kommen, die Kämpfe rausschneiden. Ich will nämlich hier wieder ein bisschen was von der Hauptstory sehen. Und ich weiß nicht, ob jetzt die neuesten Hauptstory-Fortschritte dazu geführt haben, dass wir hier neue Gegner haben. Vielleicht auch auf der Weltkarte. Vielleicht war das auch nicht so gut, dass ich gerade nur diesen einen Kampf gesehen habe. Oh nee, ey, irgendwie habe ich gerade ein schlechtes Gefühl. Soll ich jetzt nochmal kurz zurückgehen und den Kampf provozieren? Weil mich interessieren Gegner-Designs. Ich weiß, dass das jetzt für viele wahrscheinlich nicht so spannend ist. Aber, also wenn es da noch neue Gegner gibt, wo ihr sagt, da lohnt es sich genauer hinzuschauen, dann komme ich gerne nochmal zurück. Wenn das Spiel mich denn lässt, ne? Weil das klingt für mich gerade eher danach... Warte mal, wegen Kongo würde ich ganz gerne hier nochmal den Laden aufsuchen. Ja, also mit Queen Fury weiterreisen. Das klingt, als würden wir den Kontinent wechseln und so schnell hier erstmal nicht wieder zurückkehren. Aber ich weiß es auch nicht, dass wir hier schon, ähm, ja, überraschen lassen und so. Aber ich war hier schon mal, seit wir Kongo haben, oder? Voll irritiert. Ich gucke einfach mal sicherheitshalber. Was sagen denn meine Slots jetzt aktuell mit den Gegenständen? Guck mal, da habe ich doch auch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, vor allen Dingen hier. Auf jeden Fall. Wird ja wieder mindestens drei. Gut, dass ich hier nochmal nachgesehen habe. Das scheint es in der anderen Stadt nicht gegeben zu haben, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich da... Ne, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich kaufe jetzt hier mal noch, weil wir eben kaum andere Sachen haben, einmal davon was ein. Den Warnswibbelst. Der Warnswibbelst. Bist da Bescheid, ne? Bestes Produkt. Macht sich bestimmt richtig gut in so einem Werbespot, wenn man das immer wieder ausspricht. Mit dieser Abkürzung, versteht sich. So, das Warn... Ach ja, stimmt, der hat nur Weibersachen verkauft. Hm. Ja, der Typ hat auf jeden Fall klar, welches Kundenklientel er anziehen möchte. Interessante Methode, um Frauen kennenzulernen. Hm. Ob das so mit Erfolg gesegnet ist, keine Ahnung. Aber gut, wir haben jetzt hier was eingekauft. Das heißt, ganz umsonst war der Weg nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich mag diese Momente immer, wo sich so was Neues anbahnt. Wisst ihr, was ich meine? So ein kompletter Gebietswechsel. Und neue Orte. Und vor allen Dingen, weil die ja hier auch so geil Design sind und so. Ich werde echt... Also ich... Boah, in dem Spiel habe ich schon so viel Schönes gesehen. Ich wüsste nicht mal bis zum jetzigen Zeitpunkt, was mein absolutes Highlight ist. Ganz ehrlich. So, warte mal. Wie mache ich das weg? Genau, ich will das ab und zu mal weg haben, weil ich das immer noch schöner finde, so rumzulaufen. Ich meine, die Ecke kennen wir ja schon. Hier oben sind aber seinerzeit NPCs gewesen, oder? Wo sind die? Wo sind die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Oha. Ja. Da sind wir tatsächlich noch nicht gewesen. Klar. Wir haben die Queen Fury ja vorher auch noch nie gesehen. Ist das ein Schiff? Kungul aufgeregt. Das ist größer als ich. Naja. Übertreib mal nicht. Übertreib mal nicht. Das ist also die Queen Fury. Ja, scheint ganz so zu sein. Ganz danach auszusehen, wie auch immer. Kyla. Ist das ein Kind? Ist das ein Junge? Mädchen? Mädchen, oder? Du musst Dart sein. Ja. Ja, da bin ich. Und du? Ich heiße Kyla. Ich bin ein Crew mit Glitia Queen Fury. Ich hole den Komodore. Komodore Puller. Komodore. Komodore Puller. Dart und seine Freunde sind hier. Hm. Was, Kyla? Sei ruhig. Das ist eine nette Antwort. Nette Antwort. Ein Seemann sollte ein großes Herz haben. Ja, wenn du ihr mit Sei Ruhig antwortest, wirkst du nicht, als hättest du ein solches. Manchmal hört man den Wellen zu und erzählt dem Ozean seine Träume. Das ist Romantik für Männer. Komodore. Dart und seine Freunde sind hier. Sie haben doch einen Befehl vom König erhalten. Ja, gut aufgepasst, Kyla. Ja, ihr seid also die tapferen jungen Leute, die die Banditen in die Flucht geschlagen haben. Seid meine Gäste auf der Queen Fury. Ihr habt es verdient. Danke. Ähm, aber wir möchten hier keine Gäste sein. Wir verfolgen das gleiche Ziel. Lenus. Hm, das gefällt mir. War es Lenus oder unser Ziel? Wir sind bereit zum Ablegen, Sir. Ich verstehe. Ihr müsst jetzt nur noch an Bord kommen. Ähm, okay. Wenn ihr fertig seid, werden wir ein See stechen. Ich hab irgendwie Angst. Es hieß ja irgendwie was von wegen Seedrache und Geisterschiff und so. Hm. Hab ich jetzt irgendwas geschafft, was eine Speicherung rechtfertigen würde? Ich glaube, ja. Und ich hab die blöde Befürchtung, dass man wahrscheinlich auf der Queen Fury auch speichern kann. Aber da ich es nicht weiß, will ich lieber auf Nummer sicher gehen. Ähm, das kann ich ja mal eben kurz für euch abkürzen. Und das war eine mehr als gute Idee, denn ich bin erstmal volle Möhre falsch gelaufen. Jawohl. Erstmal voll ins Krankenhaus gestürmt. Ich wusste nicht mal mehr, dass es hier ein Krankenhaus gibt. Aber naja, Ende gut, alles gut. Jetzt kann uns nichts passieren. Ich hab gespeichert. Ähm, und es kann kommen, was will. Auch wenn jetzt gleich ein Speicherpunkt kommt. Ich hoffe fast, dass er nicht kommt. Da muss ich mich nämlich nicht so schlecht fühlen wegen diesem Umweg ab. Guck mal, jetzt laufen da oben auch die Leutchens wieder rum. Ja, haben schon auf euch gewartet. Seid ihr startklar? Ähm, ja. Ich hoffe. Ja, gut, dann setzt ihr Segel. Oh, bekommen wir auch eine Animation zu sehen, wie das Schiff in Bewegung aussieht? Das wäre ja schon ein bisschen schön. Elisabuch, da haben wir sie. Aha. Jawohl. Es ist einfach nur ein Schiff. Ich hatte vorhin irgendwas von wegen Luftschiff gefaselt. Fliegen kann das Ding, glaube ich, nicht. Aber es reicht ja immerhin, um uns von Punkt A zu Punkt B zu bringen. Das ist schon mal gut. Ich dachte gerade, das Spiel stürzt wieder ab. Oh, wow. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Das ist toll. So darf das gerne bleiben. Ich finde, dass der Rauch durch die Färbung so ein bisschen aussieht wie Feuer. Als würde es da unten brennen. Aber das ist, glaube ich, den Lichtverhältnissen gerade geschuldet. Ja, und da haben wir ihn in den Speicherpunkt. Dick und fett, volle Möhre aufs Maul. Als würde mir das die Augen auskratzen wollen. Und ja, die Botschaft ist angekommen. Ist ja süß. Sieht sie gerade irgendwie mit den Vögeln oder so? Es ist viel passiert. Man hat mich ins Gefängnis gesteckt. Und da hat es gekommen, um mich zu retten. Wir waren bei Lavitz. Und jetzt sind wir hier und verfolgen Lloyd. Ich glaube, es wird sogar noch viel, viel mehr passieren, meine Gutste. Es gibt so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Der Mond, der nie untergeht. Die Stimme des Virages. Ja, stimmt. Das sollte sich auch irgendwann mal aufklären. Ich finde das nämlich in höchstem Maße beunruhigend. Ich wünschte, ich könnte wie ihr fliegen. Das wünscht sich, glaube ich, jeder. Aber das würde mir nichts bringen. Dart wird mich auslachen. Was ist denn das für ein Grund? Scheiß doch drauf, was Dart darüber denken würde. Hallo? Ich frage mich, wo Dart hingegangen ist. Was denn, warum sollte er dich denn auslachen? Ich wette, Dart würde sich selber manchmal wünschen, fliegen zu können. Irgendwie mag ich die Atmosphäre hier gerade voll auf dem Schiff. Die Musik gibt ihm irgendwie so eine Lockerheit, ja? Die man in dem Spiel bisher noch nicht so häufig hatte. Weil ja häufig immer Dinge passieren, die eher nicht so schön sind. Ja, hallo Queen Fury. Ich freue mich. Jetzt heißt es erst mal Stardust suchen. Ich habe übrigens die Kommentare unter dem letzten Video noch nicht gelesen, weil das jetzt, wo ich das hier aufnehme, noch gar nicht online ist. Obwohl, ich glaube, es müsste kurz nach 16 Uhr sein. Jetzt geht das wahrscheinlich gerade online. Also bis einschließlich zur vorletzten Folge bin ich quasi informiert, wenn man so will. So, er konzentriert sich aufs Putzen. Ich sollte ihn nicht stören. Ja, vielleicht ist er aber dankbar. Beim Putzen bin ich nur im Weg. Ja, er müsste eher zu volle Möhre mit dem Besen eins überbraten. Oh, Entschuldigung, habe ich Ihre Füße schmutz? Also sagt nicht sie, sondern er, Entschuldigung. Nein, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Brauchst Sie nicht entschuldigen. So, ja, wo ist jetzt der richtige Weg? Da unten oder hier hinten? Ich probiere es mal hier. Das ist bitte der falsche Weg sein. Das ist bestimmt richtig, weil es so aussieht, als würde es zu Brücke führen. Ich gehe mal erstmal, also zum Steuerraum. Heißt das hier auch Brücke? Ich kenne das irgendwie immer nur so aus den Final Fantasy Spielen. Ich gucke mal erstmal hier. Hier, lasst das bitte nicht die Kapitänskabine sein, sondern einfach nur unser Schlafbereich oder so. Ja, das scheint der Motorenraum zu sein. Damit kann ich gut leben. Das sieht nämlich tatsächlich auch nach Sackgasse aus. Oh, warte, warte. Das ist wohl zum Transport vom Brennstoff. Ja, kommt hin. Ist das die Kongol? Ist er aber nicht, oder? Oder doch? Hallo, hast du Dart gesehen? Ne, doch, das ist er. Ne, doch, das ist er. Hm, ich suche ihn woanders. Warum spricht er nicht mit ihr? Er mag sie bestimmt nicht. Kein Dart hier. Siehste, voll auswesentliche beschränkt. Aber so ist er ja seit jeher immer schon gewesen. Deswegen mag ich ihn irgendwie. Ja, ich mag simpel gestrickte Kloppis in Videospielen, aber auch nur da. Ich glaube, im echten Real Life würde ich das irgendwie mega anstrengend finden. Aber so einen in der Truppe zu haben, ist, glaube ich, nie verkehrt. Auch so für die Außenwirkung und für, ja, die Furcht, die man seinem Gegner damit einflößen kann. Ich habe gehört, dass Lenus oder so ganz schnell weggeflogen ist. Ja, kann man so sagen. Wir strengen uns beide an, damit wir Lenus so schnell wie möglich einholen. Sehr schön. Ich fand die Lenus ja irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Der hat ja die ganze Zeit irgendwas von einem Geliebten gefaselt. Je mehr wir schaufeln, desto mehr Schub kriegt das Schiff. Okay. Wenn es viel zu tun gibt, singen wir uns unsere Probleme vom Leib. Ich will gerne eine Kostprobe haben. Vielleicht kann ich mit einstimmen. Wobei der Shana bestimmt peinlich wäre, weil sie so denken würde, Oh, was ist, wenn Dart das jetzt mitbekommt? Nee, das wäre so peinlich. Dann würde er mich nicht mehr mögen. So, okay, hier wird immer wieder das Gleiche gesagt. Bezieht sich das auf diese Kiste, die da oben rumgehebelt tragen wird? Keine Ahnung. Eins da, das habe ich auf jeden Fall. Deswegen bin ich gerade schon mal zuversichtlich, dass es da unten nicht mehr gab. Ich bin nur irritiert, dass ich hier draußen nichts gefunden habe. Aber muss ja erst mal nichts heißen. Ich finde, der Typ, der da putzt, der sieht aus, als würde er zu Musik tanzen. Oder so ein bisschen dazu wippen. Ich finde, das hat irgendwie was total Schönes. So, bist du Männlein oder Weiblein? Unter Sehleitern ist bekannt, dass sich hier in der Gegend ein Geisterschiff befindet. Ich weiß. Wir sind bei euch. Also macht euch keine Sorgen um den Wingley oder um das Geisterschiff. Ich mache mir eh keine Sorgen, wenn du wüsstest, wie wir kämpfen können. Aber hallo. Was ist da das? Okay. Wo führt dieses Rohr hin? Das ist ein Rohr? Ich meine, es sieht irgendwie auch aus wie so eine kleine Kiste oder so. Also das braune hier, das hier rechts ist ein Rohr. Aber na egal. Ich sollte lieber die Klappe halten, wenn ich keine Ahnung habe, ne? Ich habe vor allen Dingen gerade keine Ahnung, wo ich zuerst langlaufen soll. Ah nein, ich wollte nicht raus. Entschuldigung. So war das nicht geplant. Ah komm, schwarze Bildschirme sind doch geil, oder? Wer das abstreitet, hat keine Ahnung von Ästhetik. So, gehen wir mal erstmal hier lang mit der Sackgasse. Äh, ja. Ich mag dieses Schiff. Ich mag dieses Schiff. Irgendwie ist hier alles voll schön, so. Obwohl wir auch so einer ernsten und wichtigen Mission sind, ähm, strahlt das hier voll die Harmonie aus. Auf den ersten Blick erkenne ich mindestens 20 Gewürze. Hier kocht jemand gerne. Naja. Kann man so sagen. Aber vielleicht fordert das ja auch der Schiffsbesitzer. Vielleicht hat das nichts mit einer Passion fürs Kochen zu tun. Keine Ahnung, wie anspruchsvoll er als Esser ist. Hi, Kumpel. Oh, Fräulein Schörner. Äh, wie war's? Wie wär's mit einer Partie? Gemüse schnippeln. Äh, weiß. Oh nein. Ich und Spiele. Oh, fuck. Ähm. Wir gucken erstmal, was er so zu erzählen hat. Das sind die Regeln. Wer in der gegebenen Zeit das meiste Gemüse schnippelt hat, gewonnen. Ist die Gemüsezahl gleich, gewinnt der mit den meisten Schnippelhieben. Schnippelhieben. Ich lege verschiedene Gemüse hin. Treffen Sie bitte durch Drücken der X-Taste eine Auswahl. Bitte weiter in die X-Taste drücken, bis das Schnippeln beginnt. Einmal für Grünspinat, dreimal für rote... Muss ich mir das jetzt merken? Kann ich mir jetzt schon nicht merken. Wird mir das innerhalb des Spiels angezeigt? Keine Ahnung. Bitte die X-Taste erst drücken, wenn ich das Gemüse hingelegt habe. Vorsicht bitte, sonst wird's gefährlich für meine Hand. Äh, das höchste Spielergebnis wird nur aufgezeichnet, wenn ihr gewinnt und wenn ihr es speichert. Das war's, was wollt ihr tun? Ich guck mal, ob mir angezeigt wird, welches Gemüse mit welcher Schnibbelanzahl verbunden ist. Was ist denn Spielen? Ich kann gut kochen. Ja, aber es geht ja hier ums Schnibbeln und nicht ums Kochen. Oh, ich habe Mitspieler. Der Wettbewerb im Gemüseschnibbeln. Meine Leidenschaft. Mein Leben. Mein Werk. Okay, ich glaub, der kocht wirklich gerne. Ich mache mich nur noch bereit. Inwiefern denn bereit? Ich hab Angst. Leute, haltet die Augen zu. Ich werd das erste Mal mega verkacken. Das weiß ich jetzt schon. Bereit. Was? Wo muss ich jetzt hingucken? Muss ich jetzt einfach die ganze Zeit drücken? Ich muss auf jeden Fall gucken, was da vor mir liegt, ne? Ja, okay. Ich sollte mir dann doch merken, wie ich irgendwas schnippeln soll. Soll ich mal die ganze Zeit wie eine besenkte Sau auf der X-Taste rumdrücken? Ich meine, ein paar Stücke kommen ja dadurch zustande. Ich hab's mir jetzt nicht gemerkt, weil ich mir so dachte, ganz oder gar nicht. Vielleicht kann ich das durch die Menge ja irgendwie wettmachen. Aber nee, man fährt besser, wenn man das so hinkriegt. Aber ich glaube, dieses Spiel könnte mir, wenn ich's einmal verinnerlicht habe, mehr Spaß machen als... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Okay, warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins. Äh, war das drei? Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, fuck, ich hab einmal zu viel gedrückt. Wie viel war das? Vier, fünf, sechs, sieben. Das war sieben. Alles klar. Okay, ich glaube, ich hab's jetzt schon verstanden. Drei, eins, eins. Guck mal, ich mach's sogar voll viel gut. Sechs, sieben. Okay, ich glaube, ich brauch mir nicht mehr die Beschreibung durchzulesen. Ich hab ja zum Ende hin noch ein paar Pünktchen gut gemacht. Alles klar, Kumpel, ich will nochmal. Ich will nochmal, geh weg. Hat ewig gedauert. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Aber das Menü wollte nicht so schnell. Hä, ich habe gewonnen. Das darf noch ne Runde. Ja. Ja, 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 ja. Ja, nein. Ich bin in der Zeile verrot. Entschuldigung. Jetzt kann ich hier nochmal gucken. Ich mein, ich hab's, glaub ich, jetzt schon kapiert. Aber... Ja, ja, ja. Warte, warte. Einmal für grünen Spinat. Dreimal Karotte. Fünfmal Rettich. Siebenmal großer Kohl. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja. Oh, ist ja jetzt bestimmt nicht hinbekommen. Weil jetzt hab ich Druck. Weil jetzt will ich's schaffen. Beim ersten Mal war das noch nur lustig. Testphase und so. So, gucken wir mal. Ja, komm, mach schneller, bevor ich wieder vergesse, was hier, wie oft und so. Aber da gehört auch schon ein bisschen Glück dazu, ne? Oder legen die immer die gleichen Gemüsesachen hin? So, Angst. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die drückt immer anders als ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warum krieg ich immer das Große? Genau, mehr von den Kleinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, 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 eins. Oh, ich hab grad voll... Oh, ich hab grad voll die Glückssträhne! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, eins. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nein! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, scheiße, die drückt irgendwie. Ich zähle irgendwie. Ich kann gerade nicht erklären, was ich meine, aber irgendwie drückt sie nicht genau. So wie ich das immer möchte. 1, 2, 3, 4, 5. Sie ist immer schneller fertig. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich gewonnen? Scheiße, nein! Ey, das gibt's doch nicht! Ich habe jetzt extra nicht nach unten geholt. Ich habe einmal ganz kurz nach unten geguckt. Vielleicht war genau das die Sekunde, die mir dann gefehlt hat. Oh, ist das bitter. Ich will das aber einmal schaffen. Ich will das einmal schaffen. Bitte seid mir nicht böse. Aber das macht eigentlich voll Spaß. Ich gucke jetzt gar keinmal nach unten. Warte mal, ich nehme jetzt noch einen Schluck Kaffee. Und jetzt schaffe ich das. Es tut mir leid, wenn es langweilig ist, aber es macht voll Spaß. Und das habe ich selten. Normalerweise hasse ich so eine Spiele. Aber das hier ist irgendwie cool. So, jawohl. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ist das denn überhaupt schlimm, wenn ich zu viel drücke? 1, 2, 3, 5. Nein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Warum kriege ich denn jetzt hier nur die, die so lange dauern? Okay, ich glaube, langsam habe ich den Dreh raus. Nein, scheiße. Einmal zu wenig gedrückt. Ich verstehe nicht, ob das negativ ist, wenn man zu viel drückt. Nein. Mann, ich mache immer... Bei den 7, da verkacke ich immer. Ich verstehe aber ehrlich gesagt immer noch nicht, warum ich vorhin, also bei dem ersten Versuch, als ich so schnell gedrückt habe. Muss das nicht besser funktionieren? Irgendwie berechnet sich das komisch. Ich nehme jetzt gerade auch belegend in Kauf, dass ich zu viel drücke. Wenn sich das jetzt im... Ne, okay, diesmal habe ich... Wow, diesmal habe ich aber deutlich gewonnen. Alles klar, dann ist das einfach die Strategie. Man muss das gar nicht genau abzählen. Sondern immer Pi mal Daumen grob gucken, dass das passt. Und ja, ich habe gewonnen. Oh nein, Frau Dichana gewinnt. Sie hat gewonnen, sie gewinnt nicht. Oh, ein neuer Schnippel-Rekord. Ja, der war aber wirklich gut. Oh, ein Rekord für die Gemüsezahl. Hm, wirst du auf, noch eine Runde? Was? Ich dachte, ich kriege eine Belohnung. Ich will eine Belohnung. Ich will eine Belohnung. Ich bin traurig. Shana, traurig. Shana, sprechen wie Kongol. Tut mir leid, ich habe etwas anderes vor. In Ordnung, ich verstehe. Ruft mich, wenn ihr es euch anders überlegt. Okay. So, vielen Dank für die Hilfe bei meiner lästigen Arbeit. Ja, eine Kleinigkeit für Sie. Hätte ich das auch bekommen, wenn ich verloren hätte? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Also ich meine, klar, die Geste zählt und so. Aber ist das dein Ernst? Okay, egal, hat trotzdem Spaß gemacht. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Shana hat sich ihre Finger nicht abgeschnitten. Nicht mal ihre Finger gucken. Alles gut. Obwohl, das wäre voll witzig, wenn man jetzt ins Menü gehen würde und sie nur noch einen Gesundheitspunkt oder so hätte. So, ähm, zu viele Wege, Leute. Das sind mir zu viele Wege. Bist du eine Sackgasse? Ja, guck mal, da liegt die Meru. Sind das hier unsere Schlafkabinen? Also schlafen hier alle oder verteilt sich das? Wow. Worauf bezieht sie ihr Wow? Das sieht aus wie ein Kleiderschrank oder so. Feiert sie gerade die Klamotten von Meru oder was waut sie da so an? Keine Ahnung. Mann, ja, ich will hier nach Dings suchen. Ich wollte nicht die ganze Zeit mir die Bestätigung aus dem Schrank holen. Äh, was machst du hier drin? Na, chillen, oder? Mir ist langweilig. Hm. Weißt du was? Wir können eine Kopfkissenschlacht machen. Schon wieder ein Spiel. Äh, es tut mir leid, ich habe gerade viel zu tun. Ja, Schala. Oh, oh mein Gott. Diese Frau ist so Business, äh. Ja, die hat ihre Nase, ihren ganzen Kopf in Business-Angelegenheiten drin. Was hat die denn zu tun? Die läuft auf dem Schiff rum und guckt sich alles an. Du bist langweilig. Tja, da hat sie es ihr wohl gegeben, ne? Schade. So, ich muss jetzt der Vollständigkeit halber nochmal fragen. Verdammt, mir ist langweilig. Die braucht aber auch immer Action, die Frau, oder? Irgendwie passt das alles voll zu ihr. So, ich habe nur gerade wieder ein bisschen Sorge wegen Stardust. Weil ich hier noch nichts gefunden habe, aber immer wenn ich irgendwie irgendwas drücke, dann kommentiert sie entweder den Schrankinhalt oder redet dann mit Meru. Äh, also doch keine Sackgasse? Doch, hier führt jetzt kein Weg mehr weiter. Würde ich jetzt auf den ersten Blick mal so behaupten wollen. Hm. Mille Seelsau, wo der Wingli hin will, ist riesig. Wenn sie es erreicht, wird es schwer, sie zu finden. Was? Äh, wir wollen sie alle einholen, bevor sie Mille Seelsau erreicht. Ey, mal ganz ehrlich. Ich hätte das nie wieder anders aussprechen können. Ich habe mich so gewöhnt dran, seit wir das erste Mal in Donau gewesen sind, ne? Das war in der Folge, glaube ich, wo ich hier angekommen bin, wo das zum ersten Mal... Weil an der Stelle, wo, ähm, Lloyd, dieser eine Frau da geholfen hat, in dem Zusammenhang gab es Mille Seelsau zum ersten Mal. Wo führt dieses Rohr hin? Wie sie sich mal für die Rohre hier interessiert. Weißt du, aber keine Kissenschlacht mit Meru machen wollen. Oh, man kommt hier rum? Dann ist ja hier doch kein... Äh, keine Sackgasse. Ja, also Fazit für diese Folge. Shana interessiert sich sehr für Rohre. Das ist so ihr größtes Hobby, wie mir scheint. Hm, wird bestimmt irgendwann mal Rohrverlegerin. Keiler, prüft den Druck. Ei, Eiser! Äh, scheiße, ich glaube, ich bin hier richtig, oder? Ups, Entschuldigung, Fräulein Shana! Will ich hier schon sein? Will ich hier schon sein? Bist du jetzt endlich eine Sackgasse? Sei eine Sackgasse, sei ein lieber Screen online. Der Druck ist unter Kontrolle! In Ordnung, danke! Oder ist das jetzt nur so ein bisschen Action-Gedönse optional und so? Keine Ahnung. Aber guck mal, hier gibt es Öfen. Jetzt gibt es Beschnurfs da, das. Dieses Schiff ist jetzt unser Schlachtfeld. Um den Schatz von Tiberoa zurückzuholen, tun alle ihr Bestes. Ja, und sind auch gut motiviert, wie mir scheint. Ich tue auch, was ich kann. Ich will niemandem nachstehen. Und ich glaube, du machst deinen Job ganz gut. Würde ich sagen. Aber das soll am Ende dein Vorgesetzter entscheiden. Da will ich meine Nase nicht reinstecken. Äh, eine unglaubliche Maschine. Äh. Ist das hier nicht eher der Motor einfach? Hm. Na Schönheit, wollen Sie viel schwitzen und abnehmen? Tun Sie das nicht. Das haben Sie nicht nötig. Na, jetzt geht's ja los hier. An diesem heißen Ort schwitzen Sie wie ein Schwein. Das ruiniert ihr hübsches Gesicht. Interessant. Ja. Schade, dass Shana darauf nicht eingeht. Würde mich mal interessieren, wie sie so reagiert. Weil die Flamme lodert. Sie ist wie Dart. Oh Gott. Okay, ich muss gerade Facepalm und Hardcore-Fremdschämen gleichzeitig. Hm. Ich sag dazu mal nichts. Oh, ich bin das... Ich mag das nicht. Mir ist das irgendwie zu aufgesetzt. So. Und du so? Willst du auch Shana anbaggern? Eine unglaubliche Maschine. Sagt sie das zu dem Typen hier? Wohl eher nicht, oder? Es geht um den Schatz von Tiberua. Wir müssen alles versuchen, auch wenn es den Maschinen schadet. Aha. Na, solange wir überleben, ist das okay. Wir müssen den Wingley einholen. Goste es, was es wolle. Ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Ja, der Raum hat gerade so ein bisschen zu meiner Erheiterung beitragen können. Aber ich habe keinen Stardust gefunden. Hm. Und dieses Schiff, da könnte ich mir echt vorstellen, dass man hier was auslassen kann. Aber na gut, ich versuche es nach bestem Ermessen nicht hier irgendwie abzusuchen. Und wie gesagt, die meisten Stardust-Spots, die sind ja auch so halbwegs erkennbar bisher gewesen, immer. So. War voll der geile Satzbau, ich weiß. So. Kopfkissenschlacht ist nicht. Diesen feuchten Männertraum, den müssen wir leider im Keim ersticken. Ey, stellt euch mal vor, das würde so voll pornös in Szene gesetzt werden. Wie die sich so, ähm, weiß ich nicht, so in voll guter, hochauflösender Grafik, also so in Animationsgrafik hier eine Kissenschlacht liefern. Ey, das wäre irgendwie so abgedreht. So, gehe ich zuerst nach oben oder erst hier rein? Ich probiere es mal hier. Äh, ist das gut oder ist das nicht gut? Ich glaube, das ist gut, oder? Äh, äh, bevor, ne, da scheint das Gemach vom Käpt'n zu sein, oder? Aber der ist nicht hier. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht weitergehen, so. Hoffe ich zumindest. Ach, scheiße, nein! Ach, ne, aber das ist gar nicht der Käpt'n. Das ist auch gar nicht seine Kabine, warum sollten sonst hier vier Betten stehen? Das ist Albert, ne? Hast du Dart gesehen? Ich glaube nicht. Nein, ich dachte, du wärst bei ihm. Ja, ich meine, ist ja auch irgendwo naheliegend, ne? Nein, hm? Was machst du gerade, Albert? Wenn du mit dem Rauschen der Wellen zuhörst, wenn du dem Rauschen der Wellen zuhörst, hast du das Gefühl, die Welt atmet. Das ist sehr angenehm. Deswegen habe ich die Augen geschlossen. Ja. Du bist ein Poet. Ich werde woanders nach ihm suchen. Wie das klingt. Du bist ein Poet. Ich werde woanders nach ihm suchen, denn Poeten stinken oder so. Oh, das klingt gerade irgendwie voll beleidigend. Scheint, du hast Dart noch nicht gefunden. Ja. Das hast du richtig erkannt. Aber wenn er das wirklich so genießt, dann verstehe ich nicht, warum er das hier drin macht und nicht draußen. Ein Logbuch. Okay. Warum guckst du da nicht rein? Warum, warum, warum? Wahrscheinlich, weil es sich nicht anschickt, ne? Ist das hier irgendwie ein Klavier oder so? Ne, ne? Da bricht er da schon. Ich sehe schon wieder komische Dinge, die man unschwer erkennen kann. Ich bin noch ein Stardust. Gib ihm ein Stardust. Sonst wühle ich gleich hier in dem ganzen Dreck, den er hier aufwischt. Und schmeiße mich da so rein. Einfach nur, damit er denkt, dass Shana Geistes gestört ist. Und wühle darin, wie so ein Hund, der irgendwas sucht. Oh, Frau dann, Shana, können wir einen Tee trinken, wenn ich mit dem Putzen fertig bin? Wird sie gerade von allen angebaggert? Oder war das einfach nur nett gemeint? Er putzt sehr fleißig. Ja, das tut er. Äh, ja, was ist jetzt? Gehst du mit ihm einen Tee trinken oder nicht? Jemanden, der so hart arbeitet, muss man aufmuntern. Ja, dann geh doch einen Tee mit ihm trinken. Sagt sie noch was? Hm, keine Ahnung. Ah, Shana redet immer viel, wenn der Tag lang ist, ne? Ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr Aktionismus gesehen. Ich habe gar nicht auf Reden gedrückt gerade. Ich wollte nur hier unten gucken wegen Stardust und so. Ist schon wieder ein Raum, wo es keinen gibt? Äh, bei dem Schiff kann ich mir vorstellen, dass man hier definitiv was verpassen kann. Der Gedanke kam mir vorhin schon. Ich habe nur vergessen, ob ich den ausgesprochen habe. Bin schon wieder voll dabei und so. So, das heißt, wir haben jetzt hier nur noch diesen Weg nach oben, korrekt? Ich glaube, ja. So, dann gehen wir da aber beim nächsten Mal hin, Leute. Und lassen das heute, für heute mal gut sein. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier, ja, noch viele Gespräche führen werden. Dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis wir dem nächsten Boss in die Arme laufen. Da unten bin ich schon gewesen. Ja, und den nächsten Part, den werde ich dann auch direkt im Anschluss aufnehmen. Und, ja, dann wahrscheinlich erst mal wieder ein Päuschen einlegen. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall cool. Ich freue mich gerade voll, dass ich jetzt auch noch die Zeit habe, weiter aufzunehmen. Ist ja nicht immer so, ne. Das, ähm, gab ja auch schon Tage, wo ich einfach nur ein Part so mitten in der Nacht aufgenommen habe. Und das, ähm, ja, auch darauf beschränken musste. Aber heute, heute ist alles anders. Für euch nicht, denn ihr müsst euch noch gedulden. Was ist für euch heute? Das ist der Mittwochspart hier gerade, ne. Ach komm, bald ist wieder Wochenende, liebe Leute. Wenn ihr dieses Video jetzt hier schaut, dann habt ihr es schon fast geschafft. Halbzeit zumindest. Und, ja, ich danke erst mal fürs Einschalten. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben. Und bis dann. Ciao.